Sie hören The Atlas Paradox. Schicksal ist eine Entscheidung. Band 2. Von Oliver Blake. Aus dem amerikanischen Englisch von Heide Frank und Alexandra Jordan. Gelesen von Tim Gößler. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Die alexandrinische Gesellschaft. Studienplan des Forschungsstipendiums. Erstes Jahr. Rechtlinien. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Initiation in die alexandrinische Gesellschaft tragen nach größtem Bemühen neue und innovative Forschungsergebnisse zum Wissensarchiv bei. Außerdem schützen und bewahren Sie während Ihres gesamten Forschungsaufenthalts das Archiv, bis die Initiationsbedingungen vollständig erfüllt sind. Basislehrplan. Raum, Zeit, Denken, Absicht. Weitere Studieninhalte folgen gemäß den Initiationsbedingungen. Die Module des ersten Studienjahres und die Erfüllung der Voraussetzungen zur Initiation müssen bis zum 1. Juni abgeschlossen sein. Zweites Jahr. Die Kandidatinnen und Kandidaten tragen jeweils eine wissenschaftlich relevante Abhandlung, deren Thema Ihnen freisteht, zum Archiv bei. Antrag auf ein individuelles Forschungsprojekt. Pflichtangaben. Forschungsthema. Forschungsziele. Methodologie. Relevante Literatur. Zeitplan. Zeitplan. Der vollständige Antrag umfasst den angestrebten zeitlichen Rahmen für eventuelle Datenerhebungen, Lektürephasen und oder Analysearbeiten. Abgabe bis spätestens 1. Juni. Unterschriftkandidatin, Kandidat. Genehmigt von Atlas Blakely. Anfang Gideon Drake schirmte mit der Hand die Augen vor der rotglühenden Sonne ab und ließ den Blick über die verbrannten schwarzen Hügel wandern. Hitze flimmerte in der Luft und Rußpartikel tanzten im Wind. Mottenflügelgleich schwebten verbrannte Fetzen an ihm vorbei. Der Rauch war dicht, kreidetrocken und setzte sich in seiner Kehle fest. Wäre irgendetwas an diesem Szenario real, wäre er sofort zu einem medizinischen Notfall geworden. Aber es war nicht real. Also war er keiner. Gideon blickte hinunter zu dem schwarzen Labrador neben ihm, runzelte nachdenklich die Stirn, wandte sich dann wieder der unbekannten Szenerie vor ihm zu und zog sich das T-Shirt über den Mund, um zumindest halbwegs atmen zu können. »Das ist sehr interessant«, murmelte er. Von Zeit zu Zeit wüteten solche Brände durch die Traumreiche. Gideon nannte sie Erosionen. Obwohl es ihn nicht überraschen würde, sollte er einen weiteren seiner Art treffen, der ihm erklärte, dass das Phänomen schon einen Namen hatte. Erosionen waren recht häufig, aber nur selten so entzündlich. Wenn Gideon ein Motto hatte, dann lautete es »Verzweifeln ist sinnlos«. Für Gideon Drake war es unmöglich, zwischen Realität und Traum zu unterscheiden. Das, was er als verbrannte Ödnis wahrnahm, sah für den Träumenden möglicherweise völlig anders aus. Die Brände erinnerten Gideon an etwas, das er bereits vor langer Zeit gelernt hatte. Wenn man nach Verderben sucht, findet man es überall. »Dann komm, Max«, sagte Gideon zu dem Hund, der ganz nebenbei auch sein Mitbewohner war. Max schnüffelte und winselte, um seinen Unwillen deutlich zu machen, als sie gern Westen aufbrachen. Doch sie beide verstanden, dass Träume Gideons reich waren und er deshalb auch über ihre Route entschied. Für Magier waren die Traumreiche ein kollektives Unterbewusstsein. Jeder Mensch hatte Zugriff auf einen kleinen Teil der Reiche, doch nur wenige konnten sie so durchstreifen, wie es Gideon möglich war. Es brauchte besondere Fähigkeiten, um zu erkennen, wo das Unterbewusstsein einer Person endete und das einer anderen begann. Gideon, der die verschiedenen Rhythmen der Reiche lesen konnte wie ein Matrose den Wellengang der See, hatte diese Fähigkeiten jetzt, da er die Traumreiche kaum noch verließ, weiter verfallen hat. Für die Außenwelt sah Gideon wie ein ziemlich normaler Mensch mit Narkolepsie aus, doch seine Magie zu verstehen war ganz und gar nicht einfach.